Ich will mutige Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Wandel mit Begeisterung annehmen und ihr unternehmerisches Handeln Tag für Tag zu neuen Höchstleistungen führen, kennenlernen und soweit mir möglich bei ihrem Weg unterstützen. Ich freue mich auf viele inspirierende Einreichungen, die ich mit Freude aufnehme. Wir haben in Deutschland und in Europa viele spannende Geschichten, die gehört werden müssen und ich will dazu beitragen, dass genau diese Erfolgsgeschichten eine breite Zuhörerschaft erreicht. Mut. Den Mut, Neues zu wagen, Veränderungen einzugehen und den Mut auch mal mit Gegenwind sein Schiff zu steuern. Es ist mir eine Ehre, beim Preis der deutschen Systemgastronomie mitzuwirken. Ich darf hier Unternehmerinnen und Unternehmer begegnen, die eben mit diesem Mut, mit Ideenreichtum und mit Engagement ihr Ziel verfolgen. Das inspiriert und motiviert natürlich auch mich, mit dem Blick über den Tellerrand für sich und selbst Möglichkeiten zu finden, um täglich ein bisschen besser zu werden. Nicht nur im Business, auch im Miteinander und im Umgang mit der Natur. Für mich bedeutet der Preis der deutschen Systemgastronomie nicht nur Sieger zu nominieren, sondern allen Mitmachern diesen Spirit mitzugeben. Denn nur mit Freude am Tun sind wir bereit, alles zu geben.